Fritz Wepper 82, ist tot, das ist über seine Beerdigung bekannt. München, Fritz Wepper, wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Der Um-Himmels-Willen-Star hat deshalb bereits vor einiger Zeit seine Beerdigung geplant. Fritz Wepper 82, sein letzter Ruheplatz soll das Familiengrab werden. Es sind traurige Nachrichten, die am Montag, 25. März 2024, die Runde machen. Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in seiner Heimat Oberbayern verstorben. Das bestätigt seine Ehefrau Susanne Kellermann, 49, gegenüber Bild. Fritz ist friedlich eingeschlafen, teilt sie in einem kurzen Statement mit. Dass er nicht mehr allzu lange zu leben hat, wusste der Um-Himmels-Willen-Star. Er hat deshalb Vorkehrungen getroffen und sich bereits vor einiger Zeit um seine Beerdigung gekümmert. So schreibt der Schauspieler in seinem Buch ein ewiger Augenblick. Mein letzter Ruheplatz steht schon lange fest. Es ist unser Familiengrab auf dem Winterfriedhof in München-Neuhausen. Ein Testament habe ich gemacht. Alle mir wichtigen Menschen sind bedacht. Fritz Wepper möchte in seinem geliebten Kimono beerdigt werden. In der TV-Dokumen Fritz, ein persönlicher Blick auf Fritz Wepper, die im vergangenen Sommer im BR ausgestrahlt wurde, erzählt Fritz Wepper zudem, dass er genaue Vorstellungen von seiner Beerdigung hat. Beerdigt werden möchte ich in meinem schwarzen Kimono, den ich zum Meditieren tragen. Am Handgelenk möchte ich ein buddhistisches Armband mit hölzernen Perlen tragen. Beide Symbole des Loslassens. Nun ist Fritz Wepper gestorben, nur wenige Monate nach dem Tod seines geliebten Bruders Elmar Wepper 79. Offizielle Informationen zu seiner Beerdigung gibt es noch nicht. Allerdings kann wohl davon ausgegangen werden, dass er im engen Familien- und Freundeskreis beerdigt wird. Neben seiner Ehefrau Susanne Kellermann hinterlässt er um Himmels Willens da auch die gemeinsame Tochter Philippa, 12, sowie Tochter Sophie, 42, aus seiner ersten Ehe.